Edra Gill war eine US-amerikanische Schauspielerin und Opernsängerin, Leben. Edra Gill begann ihre Karriere als Sängerin und arbeitete erfolgreich als Opernsängerin in Italien, bevor sie von Federico Fellini für dessen Filmdrama 8,5 gecastet wurde. Mit ihrem Filmdebüt startete sie eine bis 1980 andauernde Filmkarriere, die ab Mitte der 1960er Jahre ausschließlich in den Vereinigten Staaten verlief und Filme wie Die Reifeprüfung, Blutige Erdbeeren und zuletzt 1980 mit Ein tödlicher Traum umfasste. Am 13. Mai 2001 verstarb Gill im Alter von 79 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalles. Sie wurde von einer Nichte überlebt. Filmografie, 1963, 8,5, 1963, April Entdeckt Rom, 1965, Was gibt's neues Pussy? 1967, Die Reifeprüfung, 1967, Satanische Spiele, 1968, Lass mich küssen deinen Schmetterling, 1968, Sein Name war Ganon, 1969, Das Gold der Madonna, 1970, Blutige Erdbeeren, 1975, Fahrt zur Hölle, Liebling, 1976, Vanille Eis und Petting Coats, 1977, Mad Bull, der Supercatcher, 1980, ein tödlicher Traum.